Moin, meine herzallerliebsten Freunde, die sowas hier machen und danach einfach nur eine Katastrophe ausrufen. Richtig, ich meine nämlich genau die hellsten Kerzen auf eine Geburtstagstorte, die der Meinung sind, wenn sie einen eingewachsenen Zehennagel haben oder sowas, mal zu googeln, was das so alles für Symptome gibt und für Spätfolgen und was nicht alles. Und dann durch Dr. Google herausfinden, dass ja eigentlich fast der ganze Fuß wegfoult. Oh mein Gott, oh nein, was ist das denn? Oh, über schnellen Rettungsdienst rufen. Am besten nachts um drei oder Sonntagmorgen um drei. Das könnt ihr halten wie Dachdecker, nur nicht ganz so hoch. Ja, genau, an die richtet sich diese Ansage. Und die dann den Rettungsdienst anpöbeln, wieso kommt ihr eigentlich zu spät? Und ich bin Notfall. Ne, wie kann das sein, dass das einfach hier ohne Blaulicht und so ein Blödsinn seid ihr hergekommen? Seid ihr nicht ganz dicht oder was? Ja, ganz genau. An diese Leute richtet sich mal diese Ansage hier. Wie, so ein Blutdruck, ey. Ich wollte euch einfach nur mal fragen. Habt ihr alle da Marmel oder was? Ihr seid doch wohl nicht ganz dicht oder wie? Dr. Google befragen da, tippen könnt ihr ja noch oder was? Finger sind ja auch noch in Ordnung oder wie? Und dann kann man nicht irgendwie mal zum Hausarzt gehen und sagen, guck mal da, mein Zehennagel. Der macht da irgendwie so ein bisschen Probleme. Dann gibt es nämlich eine Emmert-Plastik. Dann wird das Ding gezogen und dann ist gut. Ja, und dann hab ich drei Tage verbannt um. Und nach acht Tagen oder was werden die Fäden gezogen. Und ich hab sowas nie wieder. Weil nämlich einfach das Nagelbett gekürzt wird. Beziehungsweise das schöne Gelee, woraus die Nägel bestehen oder entstehen, einfach nur rausgeholt wird. Und schon habt ihr eure Ruhe. Und dafür müsst ihr einen Rennungsdienst rufen oder was? Meine Fresse doch mal, du. Das ist genauso wie den Leuten, die haben Bauchschmerzen. Ne? Und dann kommen sie auf die Idee, sie haben Bauchspeicheldrüsen, Krebs und so eine Scheiße. Sag mal, seid ihr nicht ganz dicht oder was? Also ich hab ja nun schon von einigen Grittern gehört, die mir dann gesagt haben, Och, Sie, wie weißt du, mittlerweile reden wir über so eine Scheißegeibe auf hier. Von, von, über Patienten von Dr. Google. Weil wenn die dann sagen, ja, das könnte ja auch irgendwie sein, dass dann da irgendwie eine Sepsis entsteht. Und dann muss man nachher noch amputieren. Die dann einfach ganz ehrlich sagen, so mit Hände in der Tasche, gucken sie die Patienten an. Oder halt Krebs, ne? Ja, was meint ihr, wie die dann gucken? Dann sind die gleich wieder maulig. Und dann stehen sie mit dem Scheiß, ich hab doch keinen Krebs. Ja, was rufst du denn am Ende der Nacht wegen so einer Kacke an, Mann? Echt? Da kriegst du so einen Blutdruck da, wenn ich so was sehe und höre und lese und all so ein Kram da. Die ganze Zeitung sind voll mit so einem Scheiß. Und irgendwo, wo ein Rettungsmittel gebraucht wird. Wo Oma Erna da im Sterben liegt oder sowas. Da sind die ganzen Rettungsmittel dann geblockt. Weil ihr Idioten Dr. Google befragt habt und danach 112 anruft. Er ist den Disponenten auf den Sack, geht mit so einer Scheiße. Und der gar keine andere Wahl hat, als euch ein Auto hinzuschicken. Weil wenn nämlich dann doch was Ernstes ist und der schickt euch keinen, dann ist er nämlich fällig. So sieht das nämlich aus. So, und schon muss ich bitte in der Nacht ein Einsatzmittel zu euch ausdrücken. Abgesehen von den ganzen Kosten, Mann. Ihr seid doch echt beärmert, Mann. Ihr habt wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank, Mann. Mann, Mann, doch. Hört auf, Dr. Google zu befragen. Geht zu euren verdammten Hausarzt. Oder was weiß ich, zu eurem Zehennagelarzt. Oder zum Kopfarzt. Ist vielleicht auch mal nicht so schlecht. Aber ruf dich wegen jedem Dreck nach den Rettungsdienst, Mann. Mann, Mann, du. Hätt doch keine Sau im Kopf mehr als so. Da kriegst du so ein Blutdroktor. Das ist doch... Vielen Dank.